bambus ist mein mantra herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich bin euer kewige und heute kümmern wir uns wieder um ein pack opening und wie ihr sehen könnt gibt es eine neue promo phase und zwar die rule breaker die funktioniert so dass ein wert etwas gedowngradet wird und dafür ein anderer wert dafür hoch gegradet wird geupgradet wird wie zum beispiel bei ronaldo jetzt glaube ich ein verloren eine gute frage gute frage ja egal auf jeden fall wisst ihr wie es läuft die gold karten jetzt nicht im kopf aber da ist es doch schießen runter und alles andere ein bisschen hoch und dribbel dafür mehr hoch so das ist die wir sind uns weg der promo und ich habe mittlerweile 30 packs angespart durch weekly quali spcs rivals belohnung und so weiter und so fort ich würde sagen wir schnacken nicht lang und gehen rein hoffen diesmal mal vielleicht was richtigen games changer zu ziehen machen erst mal hier die 75 bis 83 auch da kann ich mich nichts besonderes drin sein ja ich glaube mal roli spc futter und savanier als in form und dann geht es auch schon weiter machen wir hier zwei seltene gold spieler auf mal so für zwischendurch so einen kleinen snack brasilianer rf war schade dann hätte ich nicht mehr cool gewesen haben wir beide schon so weiter abstoßen leider so ich glaube so bin ich etwas besser damit so ja wir haben hier dann machen wir mal die 75 plus packs auf was wir da drin haben ja keine keine scheinwerfer das heißt es schon mal kein 83er ja kann man auch abstoßen so 75 plus das nächste wir ziehen einfach durch in der hoffnung war überraschung zu verhaben und davor habe ich gerade der spc glaube ich abgegeben ja da ist er wieder so noch 23 75 plus ich meine scheinwerfer kroatien kovacic die haben wir schon doppelt untrade den können wir abstoßen ich war überlegen noch eine spc zu machen um die ganzen 84er abzustoßen oder die eh wieder ziehen wir es aber ea sagt nimm dies noch einmal nach links noch nicht mal 83er lukas waskes spieler kann man immer gebrauchen für spcs so sind soweit hier 75 plus noch mal kein walkout zumindest kein garantierter walkout samus den hatten wir auch schon mal im team aber auch mal abgestoßen für eine spc ja und jetzt kommen wir langsam so in den bereich wo wir elektron spieler per klein ziehen wollen ich hoffe es ist ein gold spieler es ist zumindest ein gold spieler schon mal aber wir kommen jetzt langsam in den bereich wo 80 plus wo jetzt auch mal 83er kommen können müssen wir abstoßen und juke und real spieler wieder dabei dann haben wir hier eins das ist tauschbar sogar da kann es was geiles drin sein hoffentlich jeser wie der irgendwas wert 84er ne ich glaube ich sind alle die nicht alle so teuer aber cooler cooler 84er spieler den man auch zocken kann tatsächlich so wir nehmen als nächstes gemischte spieler pack mit ein seltenen wir hoffen dass es der gold spieler ist jawohl aber keine prekalo keine scheinwerfer aber immerhin tauschbar und somit ab aufm markt so 80 plus jemand nächste auch tauschbar scheinwerfer ja ja komm komm bastoni 84er nehmen wir auch mit den nehmen wir mit das ist auch wahrscheinlich so ne ist sogar billiger als käser 84er kostet noch gar nichts ne unglaublich sooo ryan gold spieler pack sechs seltene let's go kostet 85 wir steigern uns langsam die auch nichts wert aber es schon ehrenmann nee nee pavar digger könnte auch von bayelite mitspielen sooo dann würde ich sagen machen wir die jumbo premium gold pack eines auf und ist eins erstmal kein walkout kalajic hat er überhaupt eine seltene karte ich weiß es nicht man 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 sooo man müsste die sortieren können nach wie viel die wirklichkeit kosten dann wird so schön sollten könnte man nach und dann da weg ziehen aber kriegen wir taremi ne asmuun ist iraner irgendwie sowas wie israel im kopf aber ok ein cooler ball abstoßen silvestri und iago muss man leider auch abstoßen viel spc foto dabei nichts was uns weiterhilft sooo prime gold spieler pack let's go zwölf gold spieler sechs seltene jetzt gib uns mal was geiles oder man hero oder sowas blachowitsch ist auch natürlich auch ein perfekt link zu äh kostisch ne kann man sich mal merken für spcs falls mal sowas von nöten ist müssen wir leider ab den stoßen wir ab nicht meinen aus meinem main team die wird ja wohl nicht den fast abgestoßen mit seiner geilen statistik mit einem tor so 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 aruco nix wert ullawitsch auch nix ne ne gerade mal 2k wert oder so ne 84er ist schon ist schon warte ich mach mal ein tick heller so ist schon nicht viel so machen wir mal hier seltenes gold pack auf immerhin scheinwerfer ztm fernando das könnte was wert sein weil das stylisch aussieht das tun wir mal auf dem transfermarkt oder vielleicht ziehen wir es auch an nehmt es erstmal mit aber das können wir abstoßen vielleicht benutzen wir das ja sogar so irgendwie bin ich mit der ausrichtung der kamera nicht zufrieden so ähm wie wohl garantiert außer hier hinten die mega packs noch oh ein inform aber kein walkout inform ose lu inform kann man nur gebrauchen das ist ein abstoß inform ne machen wir den hier die 10k nehmen wir mit dürfen nicht vergessen dass es immer noch ein road to glory ist was jet für 4k drauf flamengo war da sehr beliebt wir finden dann können wir abstoßen hinter meinen choreo choreo gibt man eigentlich auch nix ne so bisschen kohle gemacht so nächste mega pack ich go also geilen sachen ziehen wir jetzt nicht ist volkisch eh bevragentino da tut eh keiner mehr oh dat könnte auch wat wert sein na da kümmer ich mich später drum stoßen niemand muss ich mir angucken ob er würdig ist ausgeführt zu werden so so 80 plus ein gold spieler pack 80 plus garantiert keine scheinwerfer david soria immerhin so ja 14 minuten auf das video schon ungefähr 80 plus tauschbar jetzt EA ah laborde kann man nicht gebrauchen außer spc-futter natürlich da pushen wir jetzt mal ein bisschen durch hier 81 plus ok wieder tauschbar da muss was geiles drin sein jetzt immer ein scheinwerfer und es ist Sergio Ramos dahinter ist nichts so machen wir jetzt mal selten elektrisch im spieler pack auf 82 plus garantiert und walkout komm schon handano scream ja ist ok nehmen wir mit scream ja nehmen wir mit unser erster walkout schön schön animation 12 13k spieler gezogen man kommt so eine flagge dann weiß man genau ja ist ok aber nächste pack kein walkout wieder fernando können wir direkt abstoßen den können wir direkt abstoßen oh nein die haben wir tauschbar gezogen oh mein gott das habe ich jetzt völlig anders im kopf gehabt dann rein ins nächste walkout sehr oft warum nicht man nee geil und die immer noch ein punkt schlechter als lorry seltenes spieler pack seltenes spieler pack jumbo selten seltenes mega pack aber ist das seltene mega pack auf oder jungs und mädels walkout komm schon italien zm verrati den hatte ich auch mal und jetzt ziehe ich ihn wieder dahinter ist leider nichts ein walkout kann man sich eigentlich nicht beschweren sieht irgendwie cool aus aber ist eh nix nö ah cooler ball direkt abstoßen nein haben wir schon vorhin abgestoßen ziemlich sicher bei korea so jetzt heißt es 50k packs 83 plus garantiert walkout wieder komm schon jetzt bruh euer ernst mino merino rein dann muss ich abstoßen was soll ich tun also den hole ich mehr wieder über die f kann man ja machen ich schoße keine 87er ab also der wird gleich irgendwo in der spc verschwinden oder morgen morgen heute habe ich da keinen nerv mehr für so kriegen wir jetzt wieder verrati walkout ne doch nicht wollte gerade sagen wir kriegen wieder kostet immer ein tarzic da habe ich vorhin aber oh jetzt wird es langsam knapp wo ist der hero wo ist im bapé wo sind sie wo ist die icon 7 heute italiener also italiener sind und inform noch ramos noch immer mal draufsetzen können hier müssen wir abstoßen abstoßen so jetzt kommt das panda pack let's go ich sag mal so ein valverde ist cool sehr cool sogar die dinge wohnen 50k so ungefähr ja cool dass wir so einen gezogen haben aber ansonsten ach der inform doppelt fick dich fifa ganz ehrlich wenn wir einen schlotter weg haben können wir uns dann auch auf die transferliste und haben sich ehemaliger super spieler in meinen augen der türker hält man leider nicht mehr so viel von ihm finde ich schade so abstoßen ist schon ehrenmann ja ist gut und buh buh was soll ich sagen das war's wir haben 30 karten gezogen und davon haben wir 20 doppelt so ungefähr vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn wir wieder nichts überragendes gezogen haben da geht es auch sogar schon ein trikot weg oder 4000 weg damit vergisst der lachs ja vielen dank fürs zuschauen liken abonnieren nicht vergessen wenn es euch gefallen hat ansonsten lasst das bleiben und wir sehen uns dann beim nächsten fifa video bis dahin und